Guten Tag zusammen. Ich habe mit einem Freund gemeinsam die Gruppe Reiche Eltern für Alle gegründet. Da das politisch schwer umzusetzen ist, bin ich zumindest gegen Zugangsbeschränkungen. Ich weiß, dass der Zusammenhang etwas konstruiert ist, aber wenn man jetzt zu Ende denkt, ist es ja nun doch so, dass die Kinder reicher Eltern gewisse Vorzüge haben, zum Beispiel, dass sie einfach nur nicht kellnern gehen müssen, neben dem Studium. Wenn es jetzt auch noch diese ganzen Gebühren gibt, erschwert das und macht die Schere noch größer. Daher finde ich die Forderung sehr unterstützenswert und finde, dass die Bildungschancen nicht von der Geldbörse der Eltern abhängig sein dürfen. In diesem Sinne, Dankeschön. Einen schönen Tag.